Es ist ein Wunder, dass die Bibel buchstäblich den bekehrenden, heiligenden Geist Christi enthält, der das Herz der Menschen seit Jahrhunderten gewandelt hat und sie dazu bewegt, zu beten, die richtigen Wege zu finden und sich auf die Suche zu begeben, um den Erretter zu finden. Ich gebe feierlich Zeugnis, dass wir wahre und vollständig überzeugte Anhänger des Herrn und Erretters Jesus Christi und seines durch die Bibel offenbarten Wortes sind. Wir glauben nicht nur an die Bibel, wir bemühen uns, die darin enthaltenen Grundsätze zu befolgen und ihre Botschaft zu lehren. Die Botschaft unserer Missionare ist Christus, sein Evangelium und sein Sühnopfer. Und die Heiligen Schriften sind der Text dieser Botschaft. Standort. Doof. Doof. Dr. doof corrupt und Du of groom. Untertitelung des ZDF, 2020